Auf dem TikTok-Kanal HeyLeoLee macht sie Videos über Nachhaltigkeit und andere Themen. Man sollte nicht gleich alles glauben, was einem erzählt wird. Zudem sind die TikToks auch visuell ansprechend präsentiert. Teils behandelt HeyLeoLee auch sehr anspruchsvolle Themen, welche aber unterhaltsam verpackt werden und somit sehr angemessen für den schnellen Medienkonsum auf TikTok sind. Bis zum nächsten Mal.